hallo freunde hallo abonnenten hallo bastler in nah und fern heute hat mir einer meiner abonnenten mit dem habe ich heute morgen geschrieben bei ist wohl ich weiß nicht wie lange die seite schon gibt muss ich mich mal morgen ein bisschen näher mit beschäftigen ist also so ähnlich wie google und da möchte ich mir einen zweiten kanal aufbauen leider leider bin ich begrenzt in der zeit mit video hochladen das heißt also maximal 30 minuten und ich bin auch in der woche begrenzt daten aufzuschicken das heißt ich habe jetzt ein paar stück oben und schon geht nichts mehr entschuldigung mich hat erwischt aber ich bin immer noch aktiv ich gebe nicht auf trink immer noch mein kaffee nachher muss ich zur arbeit aber warum ich dieses video gemacht habe einige meiner abonnenten hier bei youtube sind vielleicht bei with me und wissen noch gar nicht dass da die ange jetzt auch da ist und möglicherweise wird es also so sein dass wenn ich ein neues video macht hier hochladen und bei with me parallel dazu und das heißt also wenn ihr meine geliebten abonnenten bei with me seid klickt darauf lasst ein abo da ich brauche mindestens 50 stück erst mal um ein bisschen mehr hochladen zu können und dazu brauche ich natürlich eure hilfe ich habe hier über 1400 abonnenten alle werden ja wohl nicht aktiv sein oder nur gelegentlich schauen was hat die anscheinend hier so macht und ich hoffe jetzt mal dass ich nachdem dieses video oben ist ich gleich ruckzuck 50 abonnenten ab damit dass die hatsche wieder gas geben kann also 40 nicht 40 400 videos hochzuladen benötigt eine menge zeitaufwand also leute gibt gas unterstützt mich auch bei with me das war's kurz und bündig kurz und schmerzlos ich werde gleich mittagessen um 14 uhr danach so ganz langsam seelisch geistig auf die arbeit vorbereiten mein arbeitskollege wartet schon und ich hoffe der ein oder andere der mich hier sieht auch weiß ich nicht bleibt mir nur noch eins zu sagen möge der dampf weiterhin mit euch sein tschüss dabei winke winke bis zu einem meiner nächsten videos und ruckzuck voten gehen zack zack tschüss